Hallo meine lieben Ananäschen und schon sind wir wieder beim nächsten, naja, Entscheidungsevent, würde ich mal sagen, von Halloween 2021. Mal gucken, was wir diesmal vor der Brust haben. Na du? Du wächst schon entspannter als gestern. Ich hab dir heruntergebrannten Kerzen mit neun ersetzt. Du bist ja fast wie eine Art Haustier. Du brauchst regelmäßig neue Kerzen und etwas Gesellschaft. Okay, regelmäßig Kerzen anstelle von Futter ist auch super. Es schaut mich böse an. Oh, oh, sorry, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich kenne mich mit Gespenstern nicht so gut aus. Ich kenne euch eigentlich nur aus Filmen. Ich dachte nicht, dass ein Gespenst auch niedlich sein kann. Es schaut und lässt deinen traurigen Blick durch den Raum schweifen. Ich weiß, du sollst eigentlich Leute erschrecken. Womit fangen wir an? Ich zeig dir, wie es geht. Ich bin die Königin der Jumpscares. Oder üb mal unheimliche Schreie. Wow! Oder es geht nichts über einen guten alten Horrorfilm. Da kommst du auf Ideen. Was meinst du? Wir nehmen mal die Horrorfilme. Es stimmt zu, scheint aber etwas angespannt. Ich bin sicher, das wird dir helfen. Du wirst schon sehen. Ich finde genau das Richtige. Okay, wenn das so weitergeht, dann werden wir wohl das nächste Mal wirklich den Horrorfilm aussuchen müssen. Mal schauen. Ja, dann geht's morgen weiter, meine lieben Ananäschen. Ciao, ciao. Habt einen schönen Abend.